...versammelten Galopp... X-Seiten lösen... Im versammelten Tempo antragen Sie rechte Hand... M-B Schulter herein... B-X halbe Beute rechts... X-E halbe Beute links... E-K Schulter herein... F-Arbeitstrap... V-V halbe Zügel... Dabei Zügel aus der Hand kauen lassen... V-Zügel wieder verkürzen... K versammelter Trab... Nach A auf die Viertellinie abwenden... Zwischen D und F nach links traversieren... ...bis zur Viertellinie zwischen X und E... Von der Viertellinie zwischen X und E nach rechts... ...traversieren bis zur Viertellinie zwischen G und M... Danach geradeaus... ...linke Hand... H-P starker Trab... ...P versammelter Trab... D-H halten... Fünf Dritte rückwärts richten... ...daraus anreiten im Mittelschritt... ...D-K-L-B Mittelschritt... ...d-K-L-B Mittelschritt... ...BI-H stärker Schritt... D-Х ». H. Mittelschritt C. Im versammelten Tempo analysieren R. Beute B. Rechtsum X. Fliegender Galapäxel E. Rechtsum V. Reute F. L. E. Versammelter Galapäxel Fliegender Galapäxel M. X. K. Mittelgalapäxel K. Versammelter Galapäxel Fliegender Galapäxel Auf die Mittellinie abhängenden H. Mit dem Böse S. A.aji zu wie die Bahn verlassen.